Ach, nur die Wäsche da in mir? Das hat doch keine Wäsche. Die müssen hier zwar ausschalten. Ich würde gar nicht so viel Schallen machen. Wenn ich geholfen habe, dann gibt es sofort die Lebensenergie. Oh, die werden es doch jetzt mal aufnehmen. Ja, die hier sieht auch wieder aus. Flash hilft er dir. Sah schön aus. Mehr nicht. Und wo lag da auch hier eine Waffe oder sowas? Und eine schöne Gammel. So, ist doch wunderbar. Oh, das landen wir erstmal nach. Oh, ich dachte der wäre schon weg. Gut, das war's da jetzt. Hier ist nur nicht die Schlotte. Letztes Ziel neutralisiert. Nichts wie weg hier. Jo, gerne. Ah. Nichts wie ins Taxi und zum Campen. Nein, das dauert zu lang. Haben Sie eine bessere Idee? Es gibt doch das Teleporter-Netz. Mit ihm bewegt sich der Illuminat zu schnell voran. Im Kontrollzentrum habe ich gesehen, wie man reinkommt. Leider verbraucht jeder Sprung ein beträchtliches Maß an Energie. Irgendwas sagt mir, dass mir das nicht gefallen wird. Aber ich bin sicher, dass ich sie ohne zu große Schäden aus ihrem Anzug kriege. Es muss beim ersten Versuch klappen. Los. Kies. Starten Sie einen Angriff auf die Allianz-Schiffe und retten Sie Kies. Das Netz der Allianz ist ein einziges Chaos. Wenn ich richtig verstehe, hat Ihre Führung allen Schiffen befohlen, Halo zu verlassen, als die Flatt entdeckt wurden. Aber es war zu spät. Die Flatt haben den Kreuzer überrollt und außer Gefecht gesetzt. Man fürchtet jetzt, dass sie das Schiff reparieren, um Halo zu verlassen. Sie haben ein Team geschickt, um die Flatt zu neutralisieren und das Schiff zum Start fertig zu machen. Ich kann Captain Key-Signal jetzt klar empfangen. Er lebt. Und die Implantate sind intakt. Die Funkverbindung wird durch den Schaden am Reaktor des Kreuzers gestört. Ich bringe uns näher ran. Hup! Aha! Die Koordinaten müssen... Oh, sorry. Schütten erst mal auf den Kopf. Neue Geschäftsführung. Heißt dieses Kapitel. Chief, begehen Sie keine Dummheit. Lassen Sie mich. Captain? Captain! Ich hab ihn verloren! Das ist eigentlich auch die am nächsten Position. Kleiner Spoiler. Den Raum kommen wir nicht. Da kommen wir jetzt so sofort schon. Neue Geschäftsführung. Das ist ja schön hier. Wie wird's so ¡haha! Ich habe das Ding! Neue Mozart in der Mitte! Das hat so viel zu bemerken Die Chance für den Vorstand. Abkommen wir ihnen zu machen... ... empfangen jetzt zu machen. Noch nicht. Schadensanalyse Wir müssen hier raus in einen anderen Weg zurück an Bord gehen Erstmal muss ich hier überlegen Das müsste einfallen meilen Und die neid sich auch zünden Ich hab ja die dritten Plasmapistole Können wir ja mal die fassen Die hilft auch eigentlich ganz gut gegen die Eliten Was ist das? Was ist das? Wauw Achö! Wo? Was kommt denn da hoch? Was kommt denn da hoch? Das hält mich nicht mal von hinten an, aber sch... Ah, gleich ein Bücher Och, gibt's hier viele von denen Ne, ist schon weg Gut, da haben wir nicht mehr so viel Schuss Oh Eine Liebstwache Hinter mir ein langer Oh, äh Nicht gut, nicht gleich Wir sollten hier lang Richtung Gravitationsmittel Wir sollten hier lang Hier lang, es gibt nur den Weg Was sollte man sonst? Ach, die Waffe wird auch noch zu lang Oh, zu früh geschlagen Gut Zu spät geschlagen Genau Richtig geschlagen Oh Oh, ich bin wieder viel Äh, bin ich nicht fertig Gut Gut, brauchen wir irgendwie wieder da? Ja Raubt's hier Eine Schneider an Oh Irgendwie Ist mein Fehler Der Absturz hat mehr Schaden angerichtet als ich dachte Analyse Erheblicher Kühlmittelauftritt Die Reaktoren haben wahrscheinlich schon den kritischen Zustand erreicht Fläche sicher Ach Kann sich nicht Und, Jäger hat Gläsch da Das wäre ja nicht Gläsch? Wenn wir damit ausstecken Oh ja Das war schön Hä Hä Also ich schiele Aber So viel Wie geht das denn jetzt? Und die können immer nachgespaufe Jetzt hab ich noch nicht so viel eingestiegen Gut Ist das hier auch leer? Nein Ich finde sie gar nicht da sind Nein Ich finde sie gar nicht da sind Ach da sind sie Ach das Loch Oh nein Und dann rein! Es ist eine Explosion, Fischer. Es ist auch Fischer, oder? Oh, schraubt mir die wieder recht. Im Kopf ist die beste Beteiligung, das hat man ja noch nicht gut. Beteilen nicht unbedingt. Ja, schon gehen. Gut, ich hab diesmal gekriegt. Das hat auch gereicht. Das ist ein Freund, aber jetzt halt komm hin. Der war voll. Oh, schön, dass die Waffe aufkommt. So, die Schilder haben, dass ich praktisch niemand pinnen kann. So, 60 Meter noch entfernt. Ich komme vorwärts will ich noch. Energiequelle geortet, dort ist der Gravitationslift. Er funktioniert noch. Damit kommen wir wieder rein. Was ist das? Oh, das ist das. Ich dachte, wir sind da. Was ist das? Ich dachte, wir sind da. Was ist das? Ich kann mich da nicht gleich zum Kopf hin. Oh, Alter. Okay. Ah, oben sieht auch wieder Knöpfe aus. Energiequelle geortet. Dort ist der Gravitationslift. Er funktioniert noch. Damit kommen wir wieder rein. Sehr ruhig. Ah. Alter Gott. Der hat den König Waffe. Hallo? Oh, Alter. Oh, Alter. Der hat mich gefע Nathaniel gesehen. Oh, Alter. Ja, Alter. Da ist er. Oh, Alter. Ganz kleines Пока. Ich klempfe ihn jetzt über... Oh, er wohnt nach hinten... Oh, ganz egal... Hey, wo schlafen die noch zu hier? Treppe hoch? Treppe runter... Tja... Das macht auch mal eine Folge fast... Ach, Klempfeiler... Rote Tür, da ist noch... Kann hier eigentlich nur selbst gut sein? Das nächste Allianz ist ein Chaos. Ich kann nicht auf die Pläne des Schiffs zugreifen. Laut meinen Aufzeichnungen müsste sich hier ein Hangar befinden. Mhm... Da hinten, ja... Ih... Ein Fieberschlauch... Gehen wir mal weg... Hier soll ich noch mal... Ne... In den Ecken sehen Sie... Die Flut sammelt dort Körper... Da... Hier geht ja alles runter... Das Schiff fahren... Und wir sind glaube ich auch aufzukommen... Wir haben hier... Und vielleicht nicht mehr inzukommen... Oh... Das Netz der Allianz ist ein Chaos. Ich kann nicht auf die Pläne des Schiffs zugreifen. Laut meinen Aufzeichnungen müsste sich hier ein Hangar befinden. Ich kann nicht auf den Schiff fahren... Nicht auf den Schiff fahren... Und wir sind hier ein Ausfalle... Na... Zu früh... Ah... Das Kleinhvielerbchen... Das habe ich immer Höller gerne... Hier... Boah... Schöpfel... in den enden sehen sie die flut sammelt dort körper die Ich hab den Scheißen. Ich hab den Scheißen. Nee, ich hab den Scheißen. M***, ey. Ich hab den Scheißen. Oh! Noch einer! Nicht schlecht! Wie geht's denn nicht damit hin? Ich finde auch im Moment noch was. Da schießt er. Ich hab dir noch mal so ein Fieber. Ich sag ja die Kunden jetzt. Und endlich die Support. Obwohl noch ein Fieber runterkommt. Gehen wir mal. Was wollen wir zurück? Ach hier hat er wenigstens gespeichert. Oh nein einer. A hoher. Ichemdash! Ich werde noch einen Fieber aus. Oh nein! Ich werde noch ein Fieber runterkommt. Ich werde nicht mehr erstaun. Ich hab jetzt nicht gesehen, Moment, nochmal, aber ich entscheide mir viel zu gut, ich bin aber nie zu sagen. Oh, jetzt. Ich bin der Kürzer. Ich bin der Kürzer. Ich bin der Kürzer. Was ist da eh noch? Nein. Das sind die Kugel. Nein! Boah, hätte ich den nicht weggeschossen. Weg, weg. Oh, Spüler hier. Nun sehen Sie, die Flut sammelt dort Körper. Und dann lautet er wieder den Weg. Oh, komm, hier ist keiner von der. Oh, komm, hier ist keiner von der. Oh, komm, da hatte noch einen. Das ist aber wieder ein Dumpf. In den Ecken sehen Sie, die Flut sammelt dort Körper. Oh, komm. 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 Wie viel Dumpf. Oh, komm. 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 Lass mich mal kurz selber sterben hier Schallelft Könntet ihr die auch Geht der schnell dahin Okay So jetzt Dann auch viel durch Also nicht durchlaufen sondern durchschaffen Alle abknallen So in Danach Ist dann auch schon wieder die Folge vorbei Deshalb will ich es jetzt Wenigstens hier weiter schaffen Irgendwann Ist Ah Siehst du mal Ja Jetzt können sie wieder alle Oh Oh Weißt du doch mal dazu Lass mich doch mal durch Sag der Willkommen hier wirklich so viel Mann Ne 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 Wie So hier sind wir Ja Das muss aber nicht nochmal passieren Oh Das wird doch nochmal passiert Ja Was für ein Händen dringend zu vorne Wenig weiter sind wir Was für ein Händen dringend zu Schnelles blödje Was für ein Händen dringend zu 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 Gibt es jetzt wenigstens hier Wenig Ne Das ist ja stark Zwei auf Einstreich Sehr schön Bleibt da Weil Kontrollpump Sehr schön Hier Damit sind wir endlich Weiter Die dieses Ich bleib jetzt hier und versteck mich Bis Zur nächsten Folge Also Bis zum nächsten Mal Weil